Ah, ich kann hier das Feuer an und ausmachen. Finde ich cool. Ähm. Hübsch. Ein kleines Zelt. Kann man ja mal machen. So. Ne, wir erkunden. Ne, für alle die, die sich wunden, wir erkunden jetzt gerade mal ein bisschen. Ist noch nicht so spannend. Ähm. Was ist denn das? Aha. Da geht's, glaube ich, zur Mine. Dann wäre ich das richtig... Ne? Genau, hier ist die Mine. Okay. Kann ich dem zufällig helfen? Offensichtlich nicht. Okay. Ähm. So, wie viele Leute haben wir jetzt denn schon gegrüßt? Introductions. Fünf Leute fehlen uns noch. Das Schlimme bei sowas ist immer... Die ersten gehen immer sauschnell, äh, über die Bühne. Und dann geht das Gesuche los, wo die restlichen sind. Da oben waren wir, glaube ich, noch nicht. Ähm. Wo ist ich da jetzt hin? Nach links muss ich da jetzt einfach. Ähm. Ich würde gerne mal nämlich... Das würde ich gerne... Na toll. Na, na. Ich würde es nämlich gerne mal abschließen. Äh. Das... Das komme ich gar nicht durch wieder. Ah, doch. Geh. Ach, ein Spielplatz. Das ist ja cool. Kann ich da irgendwas machen? Nee. Schade. Ich dachte, wir können da jetzt spielen oder irgendwas. Wäre auch schön gewesen. Aber da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte weiter nach links. Kann ich hier reinzoomen irgendwie? Nee, ne? Jetzt bin ich irgendwie wieder hier. Ach so, Moment. Ah, okay. Das ist der Spielplatz hier. Ähm. Backwoods. Genau. Da ist der... Da ist der Busstopp. Jetzt wollen wir mal ganz kurz gucken. Da ist der Doktor. Mit dem haben wir ja schon gequatscht. Okay. Der Doktor hat zu. Der Onkel Doktor. Die gehen jetzt, glaube ich, alle in den Saloon, kann das sein. Haben wir den schon? Shane. No, I don't have time to chat with you. Zählt das? Ja, hat gezählt. Okay. So, hoch. Wen haben wir hier? Lea. Hello, it's nice to meet you. You picked a good time to move here. The spring is lovely. Okay, good. Side. Hey, kid. Are you too young to be... You're too young to be mopping around in a place like this. Side. Hey, kid. You're too young. Okay. Mind du? Emily. I feared remorse of rare and powerful magic rings forged long ago by forgotten civilizations. I'm not sure if it's true or just a fairy tale. I'm glad to see you. You're always welcome here. Okay. Find ich toll. I need a little warm-up to be ready for another cold night on the ocean. Hello. Remember to cover your mouth when you sneeze. Sam, nothing like an ice-cold Joja-Cola on a sopping wet day. Nasse. Achso. Na, weiß ich nicht. Hallo? Hey, sorry if I say anything rude. I didn't get much sleep last night. Passiert. What do you want? Ja, wir brauchen nur drei Leute. Ich brauche noch drei Leute. Hallo. Na raus. Ähm. Okay. So. Wir haben hier unten Home of Jodie, Kent und Sam. Die haben wir schon. Home of Emily, Haley. Die haben wir, glaube ich, auch schon. Sewer, Graveyard, Majors Manor, Blacksmith. Da waren wir auch schon. Trailer. Genau, da waren wir auch schon. Riverroth, Home of George, Evelyn und Alex. Die Money Range. Da waren wir noch nicht. Bis wann haben die offen? Neun bis vier. Okay. Na gut. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal wieder nach Hause, aber es ist schon spät. Das heißt, die werden alle zu haben noch. Ähm. Was müssen wir eigentlich machen? Jetzt eine Sekunde. Was haben wir offen? Delivery. Delivery one day. I have a craving for a hearing. Please bring one by for me. Caroline. Bring Caroline a hearing. So. Wo können wir denn hier noch? Ist es egal, wo wir denn fischen? Ich glaube, ja, oder? Wasser ist Wasser. Heringe sind doch, glaube ich, Süßwasserfische, wenn ich das... Oder? Sind Heringe Süßwasserfische? Salz... Ne, Salz... Salzhering. Ich weiß es nicht. So. Wir probieren es einfach mal, ob man hier was fischen kann. So. Na komm. Ich erschrecke immer, weil das Gamepad nämlich noch mit angeschlossen ist und das, äh... Das vibriert dann immer. Wenn man was, äh... Wenn man dabei ist, äh... Das ist gefangen. Bram. Okay. Ich bin übrigens so schlau. Ich bin so schlau. Someone lived here once. Äh... Ich bin so schlau. Bram. Fish. Kann ich den... Ja. Ich bin so schlau. Ich weiß wieder, warum ich nicht fischen gehen wollte. Ähm... Sekunde. Ich... Kann ich irgendwie ne... Ich hatte doch hier mal irgendwo... Ähm... Sekunde. Crafting. Ah, okay. Ich crafte mir jetzt mal ne Box einfach und lege mal ein bisschen Zeug ab. Ähm... Das wäre, glaube ich, sinnvoller. Dann gehe ich am nächsten Morgen einfach mal fischen. Jetzt wollte ich mir die ganze Zeit machen, dass ich mir ne Box crafte, weil wir haben so viel Zeug hier dabei. Äh... Dass wir das einfach mal ablegen ein bisschen, was wir nicht brauchen. So. Äh... Ja. Das war schlau. Äh... Nein. Äh... Nein. Äh... Social Skills. Crafting. Chest. So. Inventory full. Na, Glückwunsch. Ach, das Zeug kann man hier auch mal... Kann man auch mal ablegen, glaube ich. Äh... Okay, das Zeug kann man ablegen. Das muss die... Ähm... So. Ich... Platziere... Eine... Box. Inventory full. Äh... Kann ich die... Kann ich die Box... Kann ich die Box wieder abbauen irgendwie? Gibt das? Das ist ja toll. So, kann ich die... Kann ich die... Ah, okay. So, jetzt... Äh... So, wie gesagt, man muss ja erstmal reinkommen in das Spielchen. So. Äh... Achso, es muss grün sein. Ich kann die hier dann gar nicht hinbauen. Kann ich die auch ins Haus bauen? Kann ich die in die Hütte bauen? Äh... Nö. Äh... Moment. Ich kann sie hier nirgendwo hinbauen. Ich kann sie aber... Hä? Ich kann sie aber hier hinbauen. Warum auch immer. Dann brauche ich die einfach mal da hin. So. Nehmen wir das hier auf. Ähm... So. Dann... Kann ich hier... Achso. Doppelklick drauf. Zack, zack, zack. So, haben wir das alles weg. Ähm... Ich gehe einfach mal schlafen, hätte ich gesagt, glaube ich. Äh... Go to sleep. Ja. So. Ah, und wir haben volle Energie. Sehr gut. Und ein schöner, sonniger Tag. Was haben wir hier? Advertisement. Ich finde immer cool Sachen, aber mein Backpack ist voll. Das ist so, wie du. Well, Pierce, du hast dich getrennt. Stopp bei Pierce General Store. Heute und check out our affordable size 24 Backpack. See you soon. Okay, ich glaube, das brauchen wir auch. Äh, gieß kann. Ich muss doch wieder gießen, oder? Muss ich gießen? Ja, ich muss gießen. So. Zack, zack. 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 So. Lalalala. Blumen in die Bossen. Was? Du kannst die Kiste nur in deiner Nähe platzieren. Ach so. Die war... Ach, die war zu weit weg. Dann... Äh, okay, okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Was ist das hier? Ahem. Okay. Ja, okay. Wusste ich nicht. Was ist das hier? Leak. Aha. Interessant. Okay, komm ich noch rein. Vielen Dank auf jeden Fall für den Hinweis. Macht natürlich Sinn, dass man es nur neben sich dann bauen kann. Macht, äh, macht wirklich Sinn. So, jetzt fische ich erstmal. Den Quest haben wir noch, oder? Nö, den Quest haben wir nicht mehr. Delivery war ein Tag. Wir haben die Deadline verpasst. Äh, eigentlich will ich mit dem... Hallo? Shane, was willst du denn? Leak mich allein. Mhm. Netter Zeitgenosse. Okay, jetzt sind wir hier. Oh, cool. Ne. Ach so, Kühe sollen das wahrscheinlich sein, ne? Es ist lockt. So. Ach. Probieren wir es einfach mal zu fischen. Okay, also ich muss sagen, mir macht das Spiel momentan, mir macht es mega viel Spaß. Ich finde das irgendwie, ich finde das irgendwie cool. Das ist so vielseitig vor allem. Also ich bin mal, ich bin mal gespannt. So, hallo. Ja. Ich habe Abfall gefangen. Ich bin ein Fishing-Gott. Ich habe Abfall gefangen. Was? Ähm. Hallo, Fisch. Alter. Äh. Das mit dem Fishing... Nein. Oh. Ein Sunfish. Mhm. Ich muss sagen, das mit dem, ähm... Äh, na. Das, äh... Das Fishing-System finde ich mega... Trash. Na toll. Ich finde das Fishing-System irgendwie mega geil, muss ich sagen. Es ist nicht so, dass man, keine Ahnung, irgendwas reinschmeißt und blöd klickt oder irgendwas. Sondern man muss sich echt ein bisschen konzentrieren dabei. Finde ich irgendwie cool. Also es ist zwar... Es ist zwar, glaube ich, sauschwer. Aber ich finde es irgendwie, ich finde, ich finde es, ich finde das mega, ich finde das mega cool einfach. Ich liebe dieses Fishing-System. Das hat mal ein bisschen an... Äh, ne. Ein bisschen Anspruch auch reingebracht an das Ganze. Nein. Es ist ja nicht ganz so langweilig auch. Auch wenn es echt mega schwer ist. Das muss man echt sagen. Job. Aha. Nein. Kein Max. Verdammt. Ich müsste natürlich mal das Gamepad abziehen, glaube ich. Weil das, ähm... Das vibriert hier mir die ganze Zeit. Das ist ein bisschen, äh, störend. Ich weiß gar nicht, ob man das hört, äh, über das Mikro dann in der Aufnahme. Kann ich gar nicht sagen. Äh, Fisch, bleib da. Ey, Fisch, bleib da. Oh. New Record. Sunfish. Was ist das? A common river fish. Was ist denn das für ein Sternchen da unten? Sunfish plus 15? Ah, okay. Der ist dann von besserer Qualität, oder wie? Das ist ja cool. Max. Juhu. Also irgendwie feiere ich das, feiere ich, äh, tierisch dieses, äh, Fischsystem. Das macht echt, das macht echt Laune. Alalalalala. Ich bin übrigens, ich habe es in den letzten, ich habe es in dieser Aufnahme ja schon gesagt. Ähm, beziehungsweise für die auf... Green Algen. Toll. Okay. Jetzt müssen wir weg. Weil wir haben keinen Platz mit dem Momentar. Ähm, ob ich die Maus ausmachen soll, oder ob, äh, oder ob das in Ordnung ist. Ich... Ähm, it's not supposed... I'm not supposed to talk to strangers. Ähm, ähm, na toll. So. Supplyshop. Äh, hey, Heather, Heather, Milkpail, Shears. Okay, hier können wir auf jeden Fall was kaufen. Purchase Animals. Requires construction of a cop. Cop... Äh, okay. Lief. Okay, was haben wir sonst noch? Ähm, jetzt was soll ich sagen? Genau. Ihr könnt ja mal in die YouTube-Kommentare noch auf Twitch dann schreiben, ob ich die Maus ausmachen soll. Also die Aufnahme hier von der Maus oder ob das, ob das störend ist oder nicht. Ich weiß es gar nicht. Ähm, hatte ich vorhin schon mal erwähnt. Ich bin mir damit nicht sicher. Ich glaube nämlich, das stört beim Zuschauen. Looks like someone was chopping vegetables, but never finished. Mmh, microwave-Pizza. Ich versteh immer gar nicht... Na, es gibt ja... Was, you're not gonna have, äh, friends with Shane to enter his bedroom. Okay, den Shane müssen wir noch irgendwo finden. Ähm, Marnie. Okay, und das ist dann die Jazz da hinten. Wahrscheinlich, da kommen wir aber auch nicht rein. Ähm, ich frage mich immer. Es gibt ja Leute, die mögen immer so diese Tiefkühlpizzen oder sowas, ne? Also die sind ja absolute Fans dann davon. Äh, Farm Pelikan Town. Ähm, ich frage mich immer, was Leute daran so finden. Also jetzt ist nicht so, dass ich nicht auch ab und an früher auch mal so Tiefkühlpizza oder so gegessen habe und so. Aber irgendwie finde ich, ähm, äh, weiß ich nicht. Ähm, es schmeckt irgendwie, wenn du selber Pizza oder so machst, das schmeckt doch viel, viel besser als das Tiefkühlzeug, oder? Ach, das ist, glaube ich, der Witcher-Turm jetzt hier, oder? Also, oder, der Wizard-Tower. Ähm. Äh, lalalalalala. Da kommen wir da rein? Bestimmt nicht, ne? Ist bestimmt zugesperrt oder sowas. It's locked. You can hear someone inside. Okay. Irgendjemand ist da drin. Wahrscheinlich beschwört er gerade irgendwas. Keine Ahnung. Ähm. Kann ich hier immer... Also aus Neugierde. Ach, das geht. Ich kann hier auch Sachen fällen und so. Das ist ja cool. Ich dachte, wir können das nur für unsere Farm. Ja. Ich bin sehr schlau. Ich vergesse mal, dass das Inventar voll ist. Ich muss mal ganz kurz... Da oben ging es doch zu unserer Farm, glaube ich, ne? Ach, da haben wir auch eine Anlegestelle. Da können wir auch fischen. War das hier? Ne. Muss ich weiter nach rechts. Ähm. So, gehen wir mal nach oben. Die Frage ist, kommen wir da überhaupt zu unserer Farm? Bestimmt. Dabei ist, glaube ich, alles zugewachsen, oder? Äh. Ja. Ist, ähm... Okay, wir sind bei unserer Farm. Wir sind jetzt hier unten praktisch. Hier gerade. Ähm. Da ist unsere Hütte. Aber da kommen wir nicht hin. Da müssen wir erstmal das ganze Gezuppel hier wegmachen dann. Ähm. Ja. Okay. Also, dann müssen wir, glaube ich, dann die Wege erstmal noch sauber freiräumen dann, dass wir dann komplett alles dann haben. Finde ich aber auch cool. Also, man hat hier wirklich dann auch sowas mit Fortschritt dann, dass man so nach und nach dann, äh, Sachen freischaltet. Kinder Sap Forest, Pelican Town. Äh. Haben wir hier noch irgendwas? Wir haben da unten noch einen Weg entlang. Da ist irgendwie ein... Serial Pipe. Okay, da ist das Abwasser, was hier reinfließt dann. Okay. So, ich will erstmal ein paar Sachen jetzt, äh, abladen. Und dann brauchen wir noch drei Leute, glaube ich, ne? Genau. Drei Leuten müssen wir uns noch vorstellen. Ach ja. Oh, den kenn ich noch nicht, oder? Vincent, I'm hungry. Where is Malum? Toll. Jody, so you're a farmer, huh? Interesting. I've never met a farmer before. Maybe someday you can teach me, how to grow vegetables. Hihihi. Hmm, I wonder if I can get here to cook dinner tonight. I'll be baking cookies today. I like to make flour shapes in the spring. Oh, Plätzchen. Maybe I'll tell you my recipe one of these days. Oh ja, Plätzchenrezept, bitte, bitte, Plätzchenrezept. Ich liebe Plätzchen, ne? Also sowas, es gibt ja so, es gibt ja so Plätzchen einfach, da wenn du einmal anfängst, dann kannst du nicht mehr aufhören damit. Ähm. Es gibt so, es gibt so Plätzchen, da isst du mal zwei, drei davon, so Schokoladenplätzen oder sowas. Was? Mappleseed, place this in your farm to plant a Mappletree. Green algae, it's really slimy. Ähm. Okay, mal Sekunde, kann ich denn... Äh, okay. Oh, folgendes, ich will mal ganz kurz was probieren. Ähm. Kann ich? Eat this green algae. Ja. Ja. Ah, cool, das geht. Ähm. Äh. Achso, jetzt kann ich hier, jetzt kann ich hier nichts mehr machen. Nein! Ich hasse es. Hm. Okay. Äh, ich muss mal ganz kurz was ablegen in die Kiste. Ich weiß nicht, ich glaube, den Fisch, der ist jetzt ganz gut zum, zum Essen dann, äh, wenn wir da was dabei haben. Ich weiß noch nicht, Hunger oder so kriegen wir ja nicht in dem Spiel, ne? Wir haben, glaube ich, nur Energie. Ich glaube, verhungern und verdursten tun wir nicht. So, Sekunde. Zack. Trash. It's junk. Mhm. Leak. Okay, das können wir auch, ach, das können wir auch essen. Das ist ja interessant. Ähm. So, wo kriegen wir jetzt die... Mal ganz kurz, wir haben doch irgendwas hier mit einer, äh, Äh, Introductions, Getting Started, Cultivate and Harvest, äh, Parsnip. Okay. Für und mehr Formel. Äh, wir haben doch hier irgendwo... Warte mal, wir hatten doch hier noch Seeds. So ganz komische Seeds hatten wir doch noch, ne? Äh, Zamp. Genau, wir haben hier die Mixed Seeds haben wir. Ähm. Drei Stück. Ähm. Dann machen wir einfach hier mal. Zack. Zack. Und dann bauen wir hier einfach mal... Äh. Untertitelung des ZDF, 2020